Okay, Licht, Verstärker ist an, Pegelausschlag, Mikrofon ist auch gut. Und, ja, Beleuchtung, Technik, Ton und Abkette. So, willkommen. Ich, Vorsicht mit die Gabbelasche. Die Gabbelasche ist gut, ist neu. Das Ding hier auch. Und, er trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Excalibur. Nur wer reinen Herzens ist, kann dieses Schwert führen. So, und mal was ganz einfaches für was, der ist ja jetzt neu und klingt göttlich. Ja, und was ganz einfaches für was, haben wir mal, ja, ist eigentlich, lauter will ich nicht machen, das ist hier ein Neubau. Und, äh, das dürfte eigentlich reichen, ist er zu hören. Ich denke schon. Ja, also, lauter, leer, fangen wir an mit der A-Seite, leer, kurz, kurz. Und, ich denke schon. Darf man dabei natürlich nicht. So, also leer. 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 Untertitelung. BR 2018 So, schnell. Und, testen wir noch. Licht wieder unterlegen hier. Und, laden nicht verirsen. Sonst ist beim nächsten Mal hier duster. Und, das soll es erst mal. Ja, achso, der andere. Na gut, das ist eine andere Sache. Okay. Warum das zur anderen Sache? Ja, warum der da? Nee, wo ist er? Da steht er irgendwo, da. Da, ach da. Ja, da. Warum der da? Warum ich den das geflügelte Pferd nenne? Hab ich ja schon mal vorgeführt, wa? Das geflügelte Pferd klingt allein schon anplackt. Ohne da klingt das schon wie eine akustische. You know, mein You know, mein passiert. Aber man hört das sofort. Bei bestimmten Sachen wie Da hörst du das sofort Ups, falsche und so weiter. Ja, warten wir ja. So. Klingt von der Sache her schon deswegen ja, also wie eine akustische. Ohne dass man da was anschließen muss. Ja, man hört sie. So. Und aus. 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 Vielen Dank.